Prozent Prozent hat sich das mit einem Vorten Prozent nach Funstern Falle jaja in der Monster Falle doch anders entwickelt als ursprünglich einmal gedacht aber das ist mein Kraft dort werden die Sachen eben doch schnell mal anders ah man so zack ja immer eine Verbindung wiederhergestellt also heute ist da ein bisschen wieder der Wurm drin aber das seid ihr ja inzwischen auch denke ich fast gewöhnt so dann kommt jetzt hier Slab 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 und dann hier ein schöner Weg und dann hier und ich mache noch mal und ich mache noch mal Tumini-Items wieder aus gut da ist wie es aussieht da ich genügend Klinz und hab manchmal erst mal 8 Fackeln um um hier auch jede Ecke möglichst auszuleuchten dass wir dann keine Monster spawnen weil die würden nämlich dann die äh Leistung unserer Falle hier beeinträchtigen und das möchte ich nicht so ein Stack haben wir hier nochmal mit wenn ich mich nicht an Daumen verbauen würde würde das Stack hier sogar reichen so wenn ich jetzt hier drinnen bin dann kann ich auch überall ran gut hier die Treppe die muss nochmal anders werden ich mache mir mal kurz ein paar Stiefchen Koko ist in den Öfen zufällig noch was drinnen ne ich mache mir trotzdem mal ein paar Stiefchen so 4 sind 16 das ist ein 8er ja das sollte doch reichen wie schon mal erwähnt alles muss ausgeleuchtet werden das ist relativ wichtig hm 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 Ich mache jetzt hier nochmal kurz eine Linie in der Hörten, dass ich nochmal ein Bild Kohle finde. Weil ich ganz ehrlich gerade ein Bild zu faul bin, mir welche zu suchen. Gut, Eisen, Uni schlecht, joa. Aber Kohle ist mir momentan ehrlich lieber. Wobei, da ich eh noch Klinis brauche. Na gut, ich gehe nochmal ganz kurz hoch, hole mir nochmal Kohle. Au. Ja, hier unten muss ich auch ausleuchten, da sollte er dann auch mal nichts spawnen und hier zu machen. Ist auch ganz wichtig. Ich hoffe doch, dass das mit der Treppe einigermaßen hinkommt. Da gerate ich jetzt natürlich ganz schön viel tiefer, als ich eigentlich ja vorher war. Aber okay. Ja, hier ist eine Höhle. Das interessiert mich gerade absolut nicht. Dafür soll es eigentlich auch noch eine Einstellung geben, ob man Höhlengeräusche will oder nicht. Das fände ich eigentlich auch noch ganz praktisch. Mal gucken. Ich kann dann jetzt hier schön runterlaufen. runterlaufen. Wie geht's? Ich kann jetzt hier. Ich kann jetzt hier nicht mehr. Ich kann jetzt hier noch ein bisschen probieren. Ich kann jetzt hier nicht zu machen, aber ich kann jetzt nicht sein. Ja, ich kann jetzt hier. Das ist ja ganz wichtig. Mal gucken, gehen wir hier ein hoch, wenn hier so, zack. Zack, zack, zack und zack. Gut, da wäre dann hier der Hebel. Ist jetzt nur die Frage, Redstone habe ich eh nie dabei, wie logisch. Gut, ich gehe erstmal hoch, hole Kohle und, ähm, hauptsächlich Kohle und noch, na ne, Cleanstone hole ich nicht. Ne, Moment, Koppel habe ich eh genug dabei, da mache ich mir dann nochmal ein paar Cleanstones unten. Nochmal ein paar Fackeln und, ja, ich brauche dann hier auf jeden Fall noch ne Holztür. So, Holztür. So, 4, 5, 6. Zum Glück gibt es noch keine verschiedenen farbigen Türen. In dem Moment bin ich da doch ganz froh drüber. So, und da auf Glas, ja, nichts spawnen kann, fühle ich mich da auch gleich wie sichere Kohle. Ja, habe ich. Sehr gut, nicht, dass ich den wieder vergessen und dann nochmal hochrammeln muss. Das möchte doch auch keiner. Das wollt ihr nicht und das will ich genauso wenig. Ich glaube nur das. Äh, 16, 8 und ein Stack. 8 und noch ein Stack. 8 und noch ein Stack. 8 und noch ein Stack. Hier, das kann ich ja auch zu bauen. Jetzt muss ich aber mal gucken. oh ja Und dann quasi auf 4. Dass dann hier der Weg lang läuft. Wow. Fledermaus, gehen wir nicht auf den Zeiger. 1, 2, 3. Dann nochmal 60 Fackeln gemacht, so. Hier hin. Okay. Ey, stimmt, ich konnte ja nichts verzaubern. 18. 28. 39. Immerhin. 39. Zack, zack. 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 Ne, ne, dann nehmen wir auch hier die Treppen. Hier. Hier. So. Dat, 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 dat. Dat. Damit hätten wir jetzt auch schon mal den Weg bis hier geübt, nicht. Könnte man sagen. So. Ja, da ist er noch 3 hoch, genau. Ding. Dann bauen wir jetzt als nächstes dann hier mal dicht. Alter. Ne. Fackel. Treib mich nicht zu weißglut. Und bau vor allem auch nicht zu weit, aber das war jetzt mehr nicht gerichtet. Äh. Hä? Achso, ne, ja. Achso, ne, ja. Klar, das ist doch der Hebel. Hier. Hier. Und dann gleich auch nochmal hier mit. Und dann versuchen wir jetzt hier mal noch ein bisschen schön zu verkleiden natürlich. so. Hier drinnen das würde ich denke ich auch ausstopfen quasi. Aber stellt euch mal vor, ich würde jetzt hier auf Einfachspielen andauernd werden hier überall Monster. Das kann es ja nur nicht sein. Also ich denke, ihr versteht auf jeden Fall, dass ich jetzt hier immer noch friedlich bin. Hatte ich mich jetzt zwar vorhin erst gewundert, ich habe auch jetzt nicht auf das Obsidian geachtet. Bin ich ja ehrlich, aber ich habe es ja noch mitbekommen. Die Fledermäuse, ne? Gehen einem zum Glück überhaupt nicht auf den Keks. Und dann geht es um ein bisschen mitbekommen zur Sägek est vor. Und ich muss jetzt hier mal hier auf die Sägek stöpfen und auf das менöte nehmen. Und dann ab da nicht. Und dann schlöpfen. Na dann meine Fels.